Moin Leute, die Bundesnetzagentur hat vor kurzem eine Idee veröffentlicht, die für viel Aufregung und Aufsehen gesorgt hat. Und zwar geht es darum, die Industrie zu flexibilisieren, also die Industrie dazu bewegen, mehr Strom zu verbrauchen, wenn er da ist und weniger, wenn er nicht da ist. Natürlich stellt man sich direkt die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Kann das die Industrie? Schadet der das nicht vielleicht sogar? Denn das Wort Deindustrialisierung hört man im Moment echt verdammt oft und das macht einem natürlich Angst. Also sezieren wir das Ganze heute mal richtig wissenschaftlich. Los geht's. Das ist ein guter Zeitpunkt, um auf den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam zu machen und das ist Wechselpilot. Das ist ein Anbieter, der den Stromtarifwechsel für dich automatisiert. In diesem älteren Video habe ich ja schon mal gezeigt, dass die hohen Strompreise in Deutschland, die das Statistische Bundesamt immer rausgibt, aktuell hauptsächlich daran liegen, dass viele Stromanbieter die bereits stark gefallenen Preise einfach nicht direkt an euch weitergeben und ihr dann ganz schnell mal 20 bis 30 Prozent mehr zahlen müsst. Was besonders dramatisch ist, die kommen damit auch noch durch, da viele Leute ihren Vertrag einfach nicht wechseln und damit dann unnötig viel bezahlen. Viele unwissenschaftlich arbeitende Medien nutzen das jetzt sogar, um auch noch Stunk gegen die Energiewende zu schieben, was einfach Unsinn ist. Und deswegen muss man regelmäßig wechseln, das ist wirklich wichtig. Viele Leute vergessen das aber oder haben einfach nicht so eine riesige Lust, sich damit zu beschäftigen, unterschätzen aber auch, wie viel das ausmacht. Und genau für solche Leute ist Wechselpilot finde ich echt super, denn damit ist der Anbieterwechsel wirklich einfach und sorgt dafür, dass ihr Jahr für Jahr im besten Tarif bleibt. Ihr gebt einfach nur eure Daten in den Tarifrechner ein und Wechselpilot schlägt euch dann die besten Optionen vor. Darunter den günstigsten Tarif und auch noch eine Expertenempfehlung und eine grüne Alternative, also ihr könnt da wirklich völlig frei wählen. Und einmal angemeldet müsst ihr euch auch um nichts mehr kümmern. Wechselpilot wechselt euch automatisch in den optimalen Tarif und übernimmt die komplette Kommunikation mit dem Versorger. Falls ihr euch fragt, wie die sich finanzieren, das ist easy, 20% der Ersparnis geht an einen Wechselpilot und dafür habt ihr keinen Stress mehr. Also je mehr ihr spart, desto mehr haben die auch selber davon. Also das ist ein Anreiz, das auch ordentlich zu machen, finde ich jetzt fair. Wenn du unter dieser Adresse und meinen Code Akkudoktor verwendest, gibt es sogar nochmal 20 Euro Cashback obendrauf. Okay, jetzt zurück zum Thema. Wenn aktuell über Deindustrialisierung gesprochen wird, ist ein ganz wichtiges Thema natürlich der Industriestrom- und auch Gaspreis. Besonders für die energieintensive Industrie, wie zum Beispiel Stahlwerke, Glas, Papier oder auch die chemische Industrie. Konzentrieren wir uns heute mal auf den Strompreis und gucken uns die Industriestrompreise Ende 2023 im europäischen Vergleich an. Also Deutschland liegt hier, wie ihr seht, so eher im oberen Mittelfeld. Ist jetzt nicht mega geil, aber auch keine Katastrophe. Also wir liegen hier eigentlich so irgendwie im europäischen Durchschnitt mehr oder weniger. Spannend wird es jetzt aber, wenn wir mal international vergleichen, denn letzten Endes ist ja das, was wirklich wichtig ist. Und für 2023 sieht das schon erheblich krasser aus. Links seht ihr Deutschland, diese Balken, der hellgrüne, das sind quasi mittelständische Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf. Der dunkelgrüne Balken beschreibt dann die Industrie. Und die schraffierte Linie, das ist jetzt irgendeine Reduktion des Preises durch irgendwelche Entlastungsmechanismen. Also in der Regel irgendwelche Subventionen oder irgendwelche Fördermechanismen. Keine Ahnung, was da alles so möglich ist. Und dabei bitte nicht vergessen, das muss natürlich irgendwie aus Steuergeldern bezahlt werden. So, jetzt schauen wir erstmal nach Frankreich. Hier sind die Preise nämlich erheblich niedriger, aber ihr seht auch durch staatliche Einflussnahme. Und ihr seht, in Polen ist es zum Beispiel sehr ähnlich wie bei uns. Und wo es krass niedrig ist, das sind die USA und China. Und jetzt kann man direkt die Frage stellen, warum. Fangen wir mit China an, denn das ist ziemlich einfach. Das ist komplett subventioniert und reguliert bis zum Gehtnichtmehr. Die Schwankungen, die ihr hier seht, sind eher Wechselkurse. Ansonsten ist das einfach eine gerade Linie. So, und jetzt um den Rest zu verstehen, ziehen wir uns mal die Historie rein. Denn da kann man mehr sehen und versteht das Ganze. Schauen wir erstmal auf Deutschland. Und 2019 ist krass, oder? Da ist es verdammt niedrig nämlich. Das seht ihr, da sind wir gar nicht mal so schlecht im Vergleich. Und dasselbe Verhalten ist eigentlich in allen anderen europäischen Nachbarn, seht ihr hier halt auch. Wobei Frankreich hier diese schraffierten Geschichten dann entgegengesteuert hat. Aber grundsätzlich wäre es da genauso gewesen. Also ohne diese staatliche Einflussnahme. Und ich glaube, wir wissen alle, was da passiert ist. Das war halt die Energiekrise. Und das ist das Ganze, was jetzt hier einfach diese super hohen Preise ausgelöst hat. Man muss jetzt auch wissen, dass in der Industrie diese Strompreise so ein bisschen länger sich ziehen. Also das heißt, die ganzen Sachen sind stärker zeitversetzt, als es jetzt bei privaten Haushalten der Fall ist. Was man aber auch dazu sagen muss, dass wirklich bei der Industrie teilweise sehr individuelle Verträge irgendwie herrschen. Und die ganz andere Möglichkeiten haben, irgendwie Strom zu bekommen. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist irgendwie nur wirklich ein sehr grober Wert. Das muss man dazu sagen, fairerweise. Die USA sind natürlich deutlich weniger abhängig von russischem Gas und haben es deswegen natürlich deutlich besser weggesteckt, wie man hier auch sehen kann. Aber selbst die hatten einmal einen hohen Peak und da ging es halt nochmal richtig rauf. So mittelständische Unternehmen mit hohem Energiebedarf hat es ganz besonders hart getroffen bei uns. Das seht ihr auch hier. Es wird aber allerdings davon ausgegangen, dass sich auch hier die Preise wieder senken werden. Bei der Industrie in den nächsten Jahren deutlich, bei den Mittelständlern aber weniger stark. Da diese zum Beispiel auch nicht von reduzierten Netzentgelten profitieren können oder sogar von einer kompletten Befreiung. Das seht ihr hier auch. Und um genau diese Netzentgelte soll es heute nämlich gehen. Bevor es weitergeht, wir möchten demnächst auch nochmal sachlich und neutral über die wieder aufflammende Atomkraftdebatte aufklären. Denn von Gegnern wie von auch Befürwortern gibt es hier echt jede Menge Desinformation und das nervt einfach nur noch. Und wir wollen einfach mal so versuchen, das Ganze mal ganz neutral zu zeigen. Also ab und nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. So, jetzt hat sich an diesen Netzentgelten oder soll sich da irgendwas dran ändern? Und worum geht es da eigentlich? Netzentgelte sind quasi immer ein Teil des Strompreises und sozusagen eine Art Gebühr an den Netzbetreiber, um das Stromnetz nutzen zu dürfen. Und mit diesen Netzentgelten wird dann der Ausbau, die Instandhaltung und auch der Betrieb unserer Stromnetze finanziert. Auf dem Bild seht ihr jetzt die Aufteilung für Privathaushalte. Die sind im Niederspannungsnetz angeschlossen, also das quasi das 230 Volt Netz, was ihr alle kennt. Und da sie über das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, müssen sie für alle drei Netzebenen quasi bezahlen. Also für die Nutzung aller drei Netzebenen. Das ist dann das Mittel, das Hochspannungs- und das Niederspannungsnetz. Und für die Ebenen müssen wir dann quasi als Privatverbraucher bezahlen, weil wir die auch mehr oder weniger alle nutzen. Industriebetriebe hingegen sind sehr, sehr oft an das Mittel- oder sogar direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen und müssen damit halt nur für ein oder zwei Ebenen Netzentgelte zahlen. Und dazu kommt noch, dass es für Betriebe, die Strom in großen Mengen verbrauchen, zusätzlich Rabatte auf die Netzentgelte gibt, wenn man sich beim Verbrauch an bestimmte Regeln hält. So und jetzt die Frage, welche Regeln sind das? Und die allerwichtigste Frage ist, sind die noch zeitgemäß? Denn diese Regeln sind schon verdammt alt. So und von dieser Regel, von der wir sprechen, die heißt Bandlastregelung. Da geht es darum, dass Großverbraucher ihre Rabatte dann bekommen, wenn sie eine sehr konstante und gleichbleibende Last haben. Also quasi rund um die Uhr gleich viel Strom aus dem Netz entnehmen. Und wer diese Kriterien erfüllt, kann dann bei den Netzentgelten um bis zu 90 Prozent sparen. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie viel das ist, aktuell gibt es 578 dieser Bandlastkunden und die haben fette 1,5 Milliarden Euro an Rabatten bekommen. Ja, aber wie das so ist, entstehen die Kosten und die muss ja irgendwer tragen. Jetzt ratet mal, wer die trägt, das sind wir halt alle gemeinsam. Und zwar kriegen wir dann einen Aufschlag von 0,643 Cent pro Kilowattstunde auf den Strompreis. Und das war jetzt im letzten Jahr. Diese Regelung, das seht ihr hier, die stammt noch aus einer Zeit, als man Strom hauptsächlich aus wenigen zentralen Großkraftwerken, wie jetzt Kohle oder Kernenergie hatte, die für eine konstante Stromerzeugung gesorgt haben. Und das seht ihr hier auf diesem Bild, das ist die Erzeugung jetzt in irgendeiner Woche, in 2010. Und da seht ihr auch diese Bänder, also diese konstante Erzeugung unten dieser dicke Block. Das ist halt diese konstante Erzeugung, von der wir hier sprechen. So, und jetzt durch den Zubau von erneuerbaren Energien und dem gleichzeitigen Wegfall dieser Großkraftwerke ist die Einspeisung inzwischen wesentlich dezentraler und da liegt dann natürlich auch größeren Schwankungen. Was heißt das jetzt? Naja, das war von Anfang an quasi klar, dass das passiert und es ist auch eingeplant gewesen. Und jetzt geht es quasi darum, dass sich die Lasten oder Verbraucher, zumindest die, die es können, es sind nicht alle, aber einige können das halt, dann auch etwas anpassen und mehr verbrauchen, wenn viel da ist und weniger, wenn wenig da ist. Und wir natürlich auch Speicher aufbauen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Und hier sind wir auch ein bisschen hintendran, das muss man auch fairer sagen. Gerade was den Speicher angeht, muss jetzt hier wirklich viel passieren und zwar auch schnell. Und wenn man das nicht kann, was bei einigen Industrieprozessen durchaus der Fall ist, weil es einfach nicht geht, das nennt man dann ein unflexibles Lastverhalten. Das heißt, die können sich einfach nicht so leicht an diesen Lastgang anpassen. Und das ist tatsächlich ein bisschen schädlich fürs Netz, weil es halt für Engpässe sorgen kann. Und diese Problematik greift jetzt die Bundesnetzagenturen im sogenannten Eckpunktepapier auf, das am 24. Juli veröffentlicht wurde. Und da seht ihr das, was da steht. Also die wollen quasi die bestehenden Regelungen neu bewerten und ändern halt, diese Bandlastregelung. Und die aktuelle Regelung ist eigentlich bis zum 31.12.2028 gültig. Die Bundesnetzagentur ist jetzt aber ermächtigt, schon vorher Änderungen vorzunehmen und will das jetzt auch tun. Und nochmal ein Zitat aus dem Eckpunktepapier. Also zum Beispiel ist viel Strom im Netz, soll die Produktion hochgefahren werden, ist wenig Strom da, soll sie gesenkt werden. So kann jederzeit flexibel auf die Netzsituation reagiert und das Netz dadurch stabilisiert und entlastet werden. So und jetzt natürlich sofort die Frage, die steht wirklich im Raum, kann das jedes Unternehmen? Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, natürlich nicht. Und wurde das berücksichtigt? Also die Frage ist ja wichtig. Ich meine, wie gesagt, man kann ja jetzt auch, gewisse Unternehmen haben sehr träge Prozesse oder müssten sehr, sehr krasse Umbauten machen, um da was zu ändern. Und schauen wir uns mal an, ob die das berücksichtigt haben. Die Neuregelung soll halt ab 1. Januar 2026 in Kraft treten. Um der betroffenen Industrie jetzt aber die Chance zu geben, die Prozesse, die sie da haben, irgendwie umzustellen oder sich anzupassen, soll zunächst erstmal eine Übergangsphase stattfinden. Und zudem soll auch noch eine gewisse Toleranz in der Regelung da sein, um erweiterte Strompreisschwankungen zum Beispiel abfedern zu können. Also muss auch sein, glaube ich. Sondern das Papier endet ganz am Ende mit einer Aufforderung zur Stellungnahme an alle betroffenen Unternehmen, die sich bei der Bundesnetzagentur melden sollen und ihre Sicht der Dinge beschreiben sollen. Dabei geht es dann zum Beispiel um Punkte wie Zeiträume für das Hoch- und Runterfahren der Produktion, das Lastvolumen, das überhaupt in flexiblen Einsatz in Frage kommt und die Maßnahmen, die für die maximale Flexibilisierung notwendig sind. Und natürlich die Zeit und die Kosten, die dafür nötig sind. Und diese Befragung der Unternehmen lief jetzt bis zum 18. September, ist also tatsächlich bereits beendet und muss jetzt ausgewertet werden. Ich glaube, man kann jetzt hier zumindest sagen, die Unternehmen wurden jetzt erstmal befragt und auch gehört. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das sehr ernst genommen wird, was die da sagen. Und das finde ich jetzt erstmal beruhigend. Das bedeutet, man unterhält sich und man versucht gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Okay, das klingt jetzt erstmal alles relativ sinnvoll, finde ich. Aber jetzt fragt man sich natürlich, ob das Ganze überhaupt so einfach machbar ist, wie sich die Bundesnetzagentur das vorstellt. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Wissenschaft zum Beispiel dieses Projekt und die befürworten die Vorschläge tatsächlich generell und stellen halt fest, in Deutschland gibt es schon eine Menge Firmen, die das jetzt schon können. Also die wirklich das jetzt einfach machen könnten sofort. Das ist aber daran scheitert, dass einfach die Regelung im Moment so ist, wie sie ist. Also diese Bandlastregelung. Das heißt, die haben nichts davon. Und in dieser Grafik seht ihr, was jetzt schon möglich ist. Und das sind quasi dann Betriebe, die die genannten Leistungen dann hoch oder runter fahren können. Und hier sind auch nochmal Prognosen in die Zukunft mit einberechnet. Das sind also Zahlen, die in der Zukunft wohl zu erwarten sind. Und das zeigt schon mal, dass durchaus ein großes Potenzial vorhanden ist. Für einen Zeitraum von so 15 Minuten können die Betriebe beispielsweise ihre Last um 10,4 Gigawatt erhöhen. Also nur mal zur Einordnung. Wir haben typischerweise so eine Last, eine Spitzenlast am Tag so von 60, 70 Gigawatt. Also 10 Gigawatt ist schon krass. Und die können die um 11,2 Gigawatt verringern. Zum Vergleich, deutsche Pumpspeicherkraftwerke haben jetzt eine Leistung von 6,3 Gigawatt. Also das ist schon wirklich eine ganze Menge Holz, von der wir reden. Und die sind jetzt schon da. Das ist halt das Coole. So, jetzt kommt aber noch was dazu. Jetzt muss man sagen, es gibt ja verschiedene Branchen. Und hier ist dazu eine Aufteilung der unterschiedlichen Flexibilisierungspotenziale. Also quasi, welche Branche kann das wie gut. Und am flexibelsten ist zum Beispiel die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln. Also da geht es ganz gut. Die können ganz gut rauf und runter fahren. Aber auch alles im Metall- und Maschinenbau zeigt ganz gute Potenziale. Wo es aber nicht so geil funktioniert, ist bei der Chemie. Hier stößt man wirklich auf Probleme, ganz einfach, weil hier viele Anlagen schon einfach auf 100% Volllast laufen oder nahe daran. Und dann ist einfach nicht mehr viel Raum irgendwie hoch und runter. Dann geht das halt nicht mehr so gut. Das einzige Potenzial, was man da wirklich hätte, wäre quasi runterfahren. Und das ist natürlich sofort reiner Verlust für das Unternehmen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil das möglicherweise auch nicht wieder aufgeholt werden kann durch mehr Energie. Also ich kann da nicht runterfahren und später hochfahren. Habe ich nicht die Flexibilität. So, und wie könnte man es jetzt hier zum Beispiel lösen? Hier ginge das mit großen Stromspeichern. Die sammeln dann den Strom, wenn er verfügbar ist. Also speichern den und ermöglichen dann später einen Weiterbetrieb, wenn weniger Strom im Netz ist. Also quasi ein Puffer da. Auch die Modellierung der Gesamtanlage kann tatsächlich hilfreich sein. Also eine Unterteilung von einer Großanlage in mehrere kleine Anlagen, die zu unterschiedlichen Zeiten anlaufen. Und dann, was weiß ich, zum Beispiel Zwischenprodukte erzeugen und dann erst weiterarbeiten, wenn genug Strom vorhanden ist. Also sowas ist auch möglich. Dafür ist aber eine sehr krasse Vernetzung nötig, damit alle Maschinen wirklich gut miteinander kommunizieren und die Prozesse miteinander abgestimmt sind und so weiter. Also da muss man halt echt gucken. Und das geht nur mittels sehr komplexer Softwarestrukturen und beispielsweise auch mit Unterstützung durch KI. Also hier sind wir wirklich in einem sehr, sehr modernen Feld dann unterwegs. Unsere Kollegen bei Dr. Watson haben mal ein Unternehmen gezeigt, wo das echt gut gelungen ist und das fand ich total spannend. Also hier hat man aber wirklich einfach mal die Möglichkeit, sowas zu sehen, wie läuft sowas in der Realität. Was aber auch zur Wahrheit gehört, um eine flexible Produktion umsetzen zu können, müssen einige Betriebe einfach viel investieren und andere halt tatsächlich nicht so viel. Beispielsweise in der Automobilindustrie, die müssen kaum irgendwas investieren, um das halt so, die könnten es quasi sofort umsetzen oder relativ schnell. Profitieren also direkt von Beginn an von der Neuregelung. Bei anderen Industrie-Sparten, wie jetzt beispielsweise der Chemie-Industrie, kann das Ganze halt richtig ins Geld gehen. Und auch das muss man natürlich berücksichtigen und darf jetzt da die Industrie, glaube ich, auch nicht völlig im Stich lassen. Das ist dann halt auch je nachdem auch gefährlich. So, in dem Kopernikus-Projekt haben die auch noch gesagt, was kann man eigentlich besser machen? Gesagt wurde halt, dass zum Beispiel die erneuerbaren Energien, also die Stromerzeuger quasi, sehr ungleichmäßig in Deutschland verteilt sind und zum Beispiel sehr stark auf den Norden und den Osten Deutschlands betroffen sind. Also Windkraft beispielsweise. Bei PV sieht es dann wieder anders aus. Die Lastzentren, also da, wo halt wirklich viel abgenommen wird, die sind dann aber wieder stärker im Süden und im Westen konzentriert. So, der Netzausbau, so wie er aktuell ist, kann mit dem Ausbau der Erneuerbaren im Moment nicht Schritt halten. Das heißt, ich kriege diese Energiemengen, die ich dann brauche, im Moment nicht so weit transportiert. Naja, und dadurch entstehen natürlich gewisse Probleme und für diesen Fall verspricht die Bundesnetzagentur zumindest hier irgendwie Ausnahmeregelungen, bis das Netz entsprechend ausgebaut ist. Aber da müssten wir jetzt nochmal konkreter reingucken, was da eigentlich dann gemeint ist. Das war jetzt noch nicht so ganz klar definiert. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ihr konntet euch vielleicht mit den Informationen, die ich euch hier gegeben habe, wirklich eine eigene Meinung bilden. Also ich habe mich jetzt hier wirklich meinungsmäßig sehr zurückgehalten, damit ihr einfach Fakten habt und dann könnt ihr selber sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Das ist nicht meine Aufgabe, euch irgendwas aufzuzwängen. Ich hoffe, das ist gelungen und falls ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.